Wir gucken rein, ich bin gehypt. Ich hab's dir selber noch nicht angeguckt. Ich war beim Livestream mit dabei gewesen, wo Monsta das erste Mal live gegangen ist. Aber, okay. Jalla, seid ihr ready oder was? Also, ihr seht noch nicht alles sofort, okay? Ihr seht noch nicht alles. 3, 2, 1, Abfahrt. Könnt ihr mich sehen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, oder? Oha, das sieht geil aus. Bro, das hab ich noch gar nicht gesehen. Was ist das denn, Digga? Oha. Bro, die Kameras, die er hat, kostet, glaube ich, eine 10 Riesen. Die sind ja auch schwenkbar und so. Die sind zu krank, ne? Oha. Was ist das? Das hab ich noch gar nicht gesehen. Ich hab nicht direkt zum Anfang eingeschaltet. Das hab ich noch gar nicht gesehen. Nicht wundern, an der Wand fehlt noch ein Fernseher, Digga. Wo? Er muss halt die Lichter einschalten, ne? Ich brauch die Lichter. Hier, das sind die Kameras. 10 Mille kostet eine, Bro. 10 Mille. Das sieht geil aus. Da fehlt noch ein Fernseher. Das sieht richtig geil aus. Guck mal hier. Einfach Tanzfläche, Bro. Er hat einfach eine Tanzfläche in seinem Gaming-Kimmer. Gaming-Kimmer. Okay. Hallo. Hallo. Nicht so weit. Nicht so weit. Hallo. 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 Und jetzt runter damit. Aha. 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 Und jetzt schaut mal hier. Atmen an diesen hier. Rein so in den Aal. Da ist der Twitch-Listream-Chat. Schaut mal hier. Ja, das ist zu krank, Bro. Digga, guck dir mal die Quali an einfach. Sag mal Hallo. Da ist der Twitch-Listream-Chat. Das ist zu wild, Bro. Das ist zu wild. Weil so ein Zoom... Rein, duhm da in den Aal. Zoom mal richtig rein in die Scheiße. Das ist zu krank. Die Kamera ist... Das sind die Schlingel. Real-Toy, die ist anders. Hä, du musst jetzt mal hier Licht anmachen. Und wieder raus. Ich sag dir ehrlich, im Dunkeln, nothing special. Also sieht natürlich cool aus, aber Licht muss an. Licht muss an. Ist ein Spielzeug. Ein Spielzeug, ne? Komm, mach Licht an. Seid ihr bereit für den magischen Knopf? Ja. Oder wir machen es anders. Ihr seht das jetzt. Seid ihr bereit für den magischen Knopf? Das Aquarium-Zug. Wild. Ich sag euch ehrlich, das Aquarium sieht jetzt ja noch eigentlich nicht so krass aus. Wartet mal ab in ein paar Monaten, bis hier alles bewachsen ist und so. Bro, das wird... Hoho. 1, 2, 1. Oh mein Gott, Digga. Nun nochmal ganz kurz der Unterschied. Das ist wirklich... Kannst du... Guck mal, was Licht... Noch mal an. Muss man sich mal vorstellen, was Licht ausmacht, ne? Ey, das ist zu krank. So, ich sage mal ganz kurz. Guckt ihr mal. Jetzt sieht man auch Aquarium und so viel besser. Ey, mit Licht, das ist nochmal so ein Unterschied, ne? Geil, geil, geil. Sieht sehr geil aus. Ich finde auch hier diese Wandplatten oder was das hier ist. Ich weiß gar nicht. Ich würde mal interessieren, ich glaube nicht, dass das Dämmung ist. Ich glaube, das sind so eine Wandpanel. Sieht sowas von nice aus. Auch hier mit diesen integrierten Dingern hier. Boah, das haben sie echt geil gemacht. Da ist jetzt ein kleines Wehwehchen. Ich feiere das wirklich, dass in jeder Ecke überall, wo du guckst, LEDs sind, ne? Das ist so nice gemacht. Und hier das Aquarium. Das sieht natürlich hier, ihr seht hier alles Lebendgestein natürlich. Aber das muss erstmal alles wachsen, ne? Das muss erstmal alles wachsen, Farbe kriegen. Das dauert, bis so Korallen wachsen. Aber wenn das hier, ich sage euch ehrlich, 3, 4 Jahre das Aquarium, das wird so krank aussehen. Du kannst eigentlich den Stream anmachen dann und nur Aquarium laufen lassen, weil das so heftig aussehen wird. Brauche ich nicht drauf. Du musst mir noch eine Funkverbindung kaufen, Diggi. Weil das funktioniert noch nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ihr fetter Papageienfisch. Aber Soundqualität ist aber doch okay. Ich fand die Soundqualität am Handy, ja, ich habe aber auch am Handy geguckt. Da fand ich sie echt Müll. Aber hier mit Kopfhörer-Babber-mäßig eigentlich. Weg mit dem Dreck. Schließen den Dreck. Oh mein Gott. Hier seine ganzen Games ja drinne. Was haben wir denn da? Boah. Feier ich auch? Ist mit zu viel LED. Nein, Bro. Ich sage dir ehrlich. In so einem Gaming-Zimmer kann nicht genug LED drinne sein, meiner Meinung nach. Gefällt euch das? Das sieht geil aus. Gefällt euch das? Ja, wie ihr seht. Hier bin ich. Hallo. Ey, Schinders. Das ist schon sehr, sehr krank, Bro. Das ist wirklich. Da haben wir das hier nochmal Level-Logo. Also, ich will euch nur mal kurz verdeutlichen, was diese Kamera für eine super... Bro, das ist zu heftig. Ja, das ist... Also, diese Kamera, das sind echt... Digger. Da siehst du... Also, das ist zu wild. Das ist zu wild. Rechts oben seht ihr ein paar Fühlerhaare. Das ist eine Krabbe. Mal gucken. Ja, 10 Mille das Ding, ne? 10 Mille. Überlegt euch das mal. Ich glaube, der von hat da vier Stück oder so drinne. Alleine 40 Mille erstmal für die Kameras da drin reingepackt. Ey, das ist... Oha, woin, moin. Oh, guck mal, hier Papageifisch. Papageinfisch. Ehrenmann. Servus, Meister. So, aber jetzt hier nicht so schüchtern. Ey, wo ist er denn jetzt? Hallo, bleib mal stehen. Moment, Moment, Moment. Jetzt aber nicht so schnell weg. Oh, ihr Bruder. Ja, das ist so krank, Bro. Äh, Mann, ey. Das ist wirklich... Oh, der... Das ist... Brauchst du nicht mehr Aquarium, Aquariumcenter gehen. Der sieht so heftig aus. Den beleuchteten Boden. Das erinnert mich irgendwie an Just Dance. Ich weiß auch nicht, ey. Er hat einfach einen beleuchteten Boden. Ich sag euch, ich weiß aber, das wäre wahrscheinlich too much gewesen. Überleg mal überall diesen beleuchteten Boden. Also, ich hätt's enjoyed. Ich sag euch ehrlich, ich hätt's richtig enjoyed. So, dann machen wir mal Vorführeffekt. Könnt ihr jetzt nicht... Hä? Sind hier im Boden auch LEDs drin? Leute? Und klappen, wie ich es mir vorstelle. Moment. Jetzt weiß ich nicht, welche Fernbedienung welche ist. Moment. Ja, das mit dem Bildschirm ist auch sehr, sehr geil gelöst, muss ich sagen. Es ist einfach echt... Es ist ein Dream, Bro. So, ich sag euch ehrlich, ich kann nicht machen, was ich möchte. Äh, nicht wundern. Ich hab's perfekt. Notlösungstechnisch. Desktop-Hintergrund. Man sieht oben noch den Papierkorb, etc. Etc. So. So sieht die Zockerecke mit Licht aus. So sieht sie ohne Licht aus. Nur nochmal für euch den kleinen Vergleich. Licht an. Mir persönlich zu wenig Bildschirmer, Kapi. Ich kann alle Lichter, egal welches Licht ihr hier seht, so einstellen, wie ich möchte. Hier oben haben wir noch die Elgato-Lichter, Buff. Äh, Bruder, guck mal, der bin völlig überfordert mit den ganzen Sachen. Dann haben wir hier... Äh, was habe ich denn noch? Genau. Als nächstes haben wir dann... Digga, ich hab ja... Bruder, muss los sein, ja? Es ist so ein Dream einfach, ne? 200k hat er gesagt, was er kostet. Puh. So, dann muss ich mal Licht anmachen. Glaub mir, wenn das Aquarium voll ist... Bro, das wird so heftig aussehen. Oh mein Gott. Moin, moin. Überleg mal, andere haben Aquarium als Greenscreen. Er hat das einfach als so real, weißt du? Wie geht's? Steht's? Na, hier unten, da haben wir schon Kollege Schmischow, der Clownsfisch. Moin. Muss ich sagen, äh, die Frontansicht sieht sehr, sehr nice aus. Ich mach jetzt nochmal kurz hier oben sehr, sehr an. Das Einzige, was ich halt auch selber bei mir ein bisschen nervig finde, dass sich halt, äh, durch die Glas alles im Hintergrund spiegelt immer. Das ist ein bisschen... Ich find's persönlich, das nervt mich auch bei mir, aber das ist halt Glas, so Glas spiegelt. Überleg mal, man könnte hier wirklich so clean so reingucken, ohne diese Spiegelung, aber das Ganze kann man halt nicht ändern, ne? Außer man macht das Licht aus. Oli! Was ist jetzt hier wieder los? Was ist dein Problem? Ja, okay. Auf dem Monitor, der Monitor funktioniert jetzt nicht. Aus was für einem Grund auch immer. Kleine Kinderkrankheiten, die man am Anfang hat. Da hinten flackert es noch ein bisschen. Ah, kein Signal, Pepp. Aber das seht ihr wahrscheinlich nicht. Das muss man mit Licht anpassen, weil das Licht läuft auf so und so eine Herzzahl und die Kamera kann das dann nicht auffangen. Leute, ihr glaubt nicht, bei mir hat auch mal alles geflackert, hier das Licht. Oh, das hat mir so viele Kopfschmerzen bereitet. Aber hab ich schon hinbekommen. Ob der, was er für ein Problem hat, lassen wir die Scheiße jetzt erstmal aus. Also das ist die Frontkamera, die ihr immer kennt. Auch hier natürlich kleine Wehwehchen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, es, vielleicht fällt es euch nicht so dort auf. Krank, krank, krank. Es ist Real Talk. Muss die Demo-Version ausschalten bei dem LG. Nee, nee, das hat damit nichts zu tun, Digga. Ich sag euch jetzt nochmal, mit der Aquarium-Cam bin ich noch nicht zufrieden. Die Optik passt jetzt erstmal, aber ich bin bei Weitem noch nicht zufrieden. Okidoki. Das geht, Gigant. Achso, perfekt. Digga, richtige Cam. Oh mein Gott. Also ihr seht, es ist noch Qualität nach oben. Ich bin mit dem Bild nicht zufrieden. Das ist aber irgendwie geil, Bro. Klar, das Becken ist auch noch am Einlaufen. Das wird eh noch klarer. Also das Grüne zum Beispiel, was ihr auf den Stein seht, ist ganz normal am Anfang. In die Aquarium-Cam muss ich noch ein wenig Liebe reinstecken. Die Cam ist erstmal schief, ja. Also hier seht ihr aber den Korallenwächter, seht ihr. Guckt mal, das ist schon schön. Das ist schon schön, auf jeden Fall. Mr. Korallenwächter ist da. Also die Aquarium-Cam und die Perfektionierung damit muss noch, also brauchen noch ein bisschen Zeit. Aber finde ich geil, sag dir ehrlich. Also, ja gut, also das Aquarium wird sich ja eh noch einlaufen, wird ja eh noch viel, viel klarer alles werden. Und ich glaube, dann wird Baller. Die müsste aber mehr, äh, Dings sein. Mehr so, äh, Weitwinkel, weißt du? Wenn die größer Weitwinkel wären, wäre das, glaube ich, noch ein bisschen geiler, Alter. Aber ich weiß auch nicht, so eine Aquarium-Camps, das ist auch so eine Sache, ne? So was gibt's ja eigentlich nicht so richtig was. Das ist ja im Wasser drin, ne? Und das ist ja auch kompliziert, glaube ich, ne? Ich finde die Optik, finde ich sehr geil, muss ich sagen. Gefällt mir. Irgendwie hat was. Ist was? Eigenart. So, wie heißt das? Einziges. So, wie heißt das? Einzigartig. So. Boah, mit dem Aquarium ist es krank aus, ne? Es sieht zu krank aus, boah. Oh mein Gott. Wesentlich besser. Guck mal, der Profi, Digga. Einmal mit Profis zusammenarbeiten, oder? Jemand hat jetzt eben geschrieben. Ja, ich würde mir auch ein Aquarium-Camp vor ein halbem Jahr holen. Fügt die Kamera nicht? Wir haben sehr viele Kameras. Das ist jetzt eine von vielen. Wisst ihr, wie ich meine? Wieso die kennen nicht nach oben? Ich wollte halt einfach eine Kamera haben, Digga. Ich wollte einfach eine Kamera haben. Auf Augenhöhe. Wie in der alten Zentrale, die mich von der Seite filmt, dass ich hier mal was auspacken kann. Und von oben hat jeder. Das ist jetzt nicht die finale Lösung. Das habe ich eben gerade nur kurz aufgebaut. Aber ich finde, Digga, die Kamera so stabil. Ich muss mir das ja alles noch einstellen, Digga. Ich hoffe, das gefällt euch. Ich bin von diesen Kameras schon. Ich sage euch, bis er da drin ist mit dem Setup, das wird so zwei Wochen dauern. Also ein bisschen, man muss erst mal sich einfuchsen und so. Und man ist immer so auf altes Setup. Ich weiß noch, wie lange das bei mir gedauert hat. Mit dem Setup sich einfuchsen und alles. Ich habe beeindruckt. Vor allen Dingen finde ich halt einfach extrem heftig, Digga. Schaut euch mal an, wie ich mit diesem Scheißding reinzoomen kann. Das ist krank. Das ist wirklich. Bro, überleg mal, kannst du das da? Kannst du hier lesen, was da auf dem Bildschirm hier auf den Dingern hier draufsteht? Das ist krank. Das ist wirklich krank. Das ist wirklich ganz, 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 ganz krank, Digga. 20K-Kamera? Ne, das ist, also die Kamera hat 10er gekostet. 10er, überleg dir das mal. Geil, geil, geil. Nein! Nichts passiert, Leute. Okay. Ja, kurzer zu Montes Gaming-Zimmer. Was soll man dazu groß sagen? Ich feiere es unnormal. Ich glaube, das ist wirklich mittlerweile eine Liga. Also ich glaube, es geht einfach nicht mehr krasser. Ich weiß nicht, wo da die Steigerung nach oben sein soll. Gibt es nicht. Gibt es nicht. Es gibt einfach keine Steigerung mehr nach oben. Was, ich, was würde ich anders machen? Wie, guck, warte, ich will noch mal kurz darauf hin. Was würde ich anders machen? Ich guck jetzt rein. Ehrliche Meinung. Also wenn ich die Ansicht jetzt sehe, das ist Geschmackssache. Guck mal, ich hab hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bildschirme. 4 Bildschirme. Ich sag euch, Real Talk. Ihr werdet fragen, hä, für was braucht ein Idiot 7 Bildschirme? Ich weiß, ich hab mich dran gewöhnt an so 4 Bildschirme. Ich sag euch auch, auf jeden Bildschirm ist irgendwas drauf. Ich weiß auch nicht, ich hab mich so... Halt dein Maul. Ey, ich sag dir ehrlich, wenn ich das Zimmer sehe, dann fühle ich mich als, ja, Bro, unter der Brücke einfach. Einfach unter der Brücke, Bro. Okay.